Die sind für Eltern, die sind einfach für Eltern, also für alle, die heute da sind und schon Kinder haben und Eltern sind, Väter und Mütter und für alle, die auch da sind und Väter und Mütter sind, aber nie Väter und Mütter sein wollten, die alle eigentlich, weißt schon, vielleicht können die untereinander einmal austauschen, also eb, kannst du da, weißt schon, kannst du mal die drei Kinder einmal drei Jahre haben, bis aus der Pubertät, es gibt so Pubertätblocker, jetzt ist es ein bisschen leichter, jetzt kommen sie gar nicht in die Pubertät, jetzt hast du 30 Jahre daheim, musst du nicht mehr einkaufen, dann kann man jetzt nicht wissen, wie es beim Medica oder beim was weiß ich, was verstehst du, dass ich Wurst noch gekauft habe, weil es Blödsinn dazu, aber, sie können sich auf die Straße picken und, weißt schon, das ist, das geht nicht. Ich bin natürlich auch. Ich hab gesagt, sollen sie mir irgendeine Ärsche ins Parlament hineinpicken, in diese Halt gesessen, die sind so formiert, weißt schon, und dann nimmst du eine Sekunde jemanden, piekst du dir den Arsch, die Hoden, und sitz dich da hin und piekst dich mit deinem Schwanz und mit deinem, mit deinem, mit deinem, mit deinem, was weiß ich, was für Gerät du zwischen die Vier sitzt, piekst dich da hin, und dann lässt du es praktisch mit einem Pinsel und einem Lösungsmittel um den Schwanz, und, wow, das ist ja, das ist ungefähr so ähnlich wie, wenn, ich hab eine, ich hab eine Durchsuchungshose, also, ich hab das einmal, ich hab das einmal, ich hab einmal gewerkt, wenn du nicht mit denen korrespondierst, mit der Polizei, dann sagen die, irgendwann nach kurzer Zeit, steigen sie bitte aus dem Auto raus, Handy aufs Dach oder so, und dann werden die die praktisch, wenn du nicht korrespondierst bei ihnen, dann sagst du, wenn die sagen, wo haben sie ihr Zeug, und dann sagst du, ich sag sie ihnen nicht, suchen sie es, dann musst du, dann musst du, dann steigen sie nicht im Auto, die Führstausland, beim Schottdruck ist einfach, aber bei einer Jeans ist es, weißt schon, irgendwann hab ich gemerkt, sie klangen mir immer in die Hosentaschen rein, und ich hab mir dann eine Jeans geholt, und hab da die Taschen rausgeschnitten, und ich will mir, wenn ich mit der Polizei einen Spaß haben will, dann ziehe ich mir die ohne Unterhose an, und dann, Leute, das ist echt hart, manchmal sind Beamte Frauen dabei, weißt schon, ich weiß nicht, wie sagt man da dazu, äh, Weibchen, sind da manchmal dabei, weißt schon, die, und dann sag, ich sag aber auch immer, wenn ich die Hosentasche, also, also, und ich weiß sehr leicht, wenn sie das da, wenn sie nicht da, weißt schon, und wenn sie gleich kurz vorher, wenn sie siehst, ich halte dich jetzt raus, ich überhalte dich auf der Autobahn, du weißt, jetzt bist du dran, und du hast deine Gesuchungshose, ohne Unterhose an, du weißt, dass, dann denkst du dann nicht, was geil ist, und du riechst dann dein Rohr da raus, dann stehst du, dass er beim Eingang ein Vorhautzeug zieht, so, weißt schon, das ist ein Wahnsinnsgefühl, das würfeln sich vielleicht, das ist in dem blauen Stapel im Geheimdiskarten, und du weißt, du hast eine Gesuchungshose, und du weißt, der Polizeistreiter, und so lange wieder nachfahren, bis es märkt. Wir müssen auf nichts aufpassen, verstehst? Das wird nicht nur einmal einer Kima ausbraunen. Verstehst? Und er wird anders heißen, er kommt ganz woanders auf Blät und weiß woanders ist. da seid ihr abgelöst. Jetzt bin ich für die Lotta und für mein neues Enkelkind, für die Eltern, überhaupt für die Eltern, am meisten freien Kinder, wenn sie erst im 50. Tag das Testergebnis kriegen. Und sie wissen, wir sind positiv. Verstehst? Positiv kann so viel Negatives bedeuten. Heute bist du positiv, ich bin scheiße. Ich habe immer schon gewusst, dass das Wort Positivierung am ganzen negativ belissen wird. Jetzt können sie im Deutschland, werden sie es da über die Legalisierung reden. Weißt schon. Weil sie sagen, nein, du musst mir das positiv wegnehmen. Ich möchte nicht schauen, dass die, nein, das soll in der Arbeit, das soll schlecht gehen. Ich weiß nicht mehr, wer das Gammel ist. Ich sage schon, ich bin nicht mehr cool. Eigentlich ist es nicht schwer, das Gammel ist, ich spüre alles gleich. Ich frage mich, ich habe mich jetzt nicht Gammel ist, ich spüre mich. Ah, das ist es. Dann steht das Vorbeischauen, dann steht bei euch, ich tut und euch auch. Ja, mich freut es immer wieder, wenn ich sehe, dass die Leute lachen können, weil da draußen siehst du nicht mehr viel lachen. Das ist schon ein guter Anfang für zu erkennen, dass man sich immer etwas Spezies gehört. Für die Lothar, für den Samuel, du weißt das. Samuel. Ich habe gesagt, ich hätte den Herkules gehofft. Schauspieler, der heißt Samuel L. Jackson ist ein Neger, glaube ich, der gefällt mir total gut. Nein, Entschuldigung, ich darf mir nicht mehr sagen. Weißt du, was ich, ich habe herausgefunden, man darf nicht mehr Neger sagen, aber man darf sagen, dass man nicht mehr Neger sagen darf. Ich schäme mich jedes Mal, wenn ich Neger sagen muss, damit ich erklären kann, dass man Neger eigentlich nicht sagen darf. Muss ich mich schämen, dass ich Neger gesagt habe. Wie die Lothar, für euch, die noch kommen. Zeit ist worden, jetzt ist es gebrochen. Schaut es von hinten an und von vorn. Schaut so, wie es wächst und wie es gröscht besser wird. Ich hoffe, dass du weißt, dass es nie an den Gehört. Ich hoffe, dass du weißt, was das bedeutet. Ich wünsch euch Glück, ich wünsch euch Freude. Ich wünsch euch ganz viel Geduld und Kraft, weil ich weiß, dass das nicht jeder schafft. Was wird, was werden, und ich wünsch euch nicht, ich wünsch euch nicht, ich wünsch euch ein. Begleiten darfst du es schon einmal eine Zeit. Wenn es hinfällt, helft ihr auf zum Stehen, lerne ihr das singen und lerne ihr das gehen. Lach ganz viel mit ihr und lach sehr an ihr aus. Lach viel mit ihr und las ich euch noch viel Zeit. Lach mit ihr zu und schlaf mit ihr ein. Mach mit ihr auf und zeig ihr die Welt. Und dass was Wichtiges gibt mir Geld. Flüge mit ihr die Pläne und lach das Jahr an ihr aus. Lern ihr vertrauen und baue ihr kein Haus. Weil schön diese Bude ist überhaupt nichts wert. Wenn man nicht liebt, läuft alles verkehrt. Und wenn ihr Zeit da ist, dann lasst es einfach gehen. Dann möchtest du endlich auf die eigenen Füße stehen. Dann mach es euch die auf und du lasst es los. Wenn es das alles kunst, dann bist du wirklich groß. Lass groß und stark werden, lebst ihr vor. Bleib mit ihr, der Jung. Halt erst vom ganzen Lager. Wenn es ihr schlecht geht, dann nimmst du sie in den Arm. Deckst sie, wenn sie friert und hält sie schön warm. Sie geht ihr an, wenn sie ihr nicht so gut geht. Zeigt ihr nie ein Film, wie Woking geht. Schau, dass sie satt ist, jeden Tag. Und zwingt sie nie zu essen, wenn sie nichts essen mag. Schau, dass sie nicht so gut geht. Wahrscheinlich wärst du vor ihr weggehen und irgendwann wird sie da vorne stehen mit dem Strauß blämmen und ich träum sie hängen und ich trommi zu innen bei. Schau, dass sie es und so bitte nicht schwarz. Es riecht nach Tränen und es riecht nach Harz. Ein Fest wird gefeiert an deinem Tag. Dann lass uns wachsen auf deinem Grab. Ein Fest wird gefeiert an deinem Tag. Dann lass uns wachsen auf deinem Grab. Vielleicht zum Schluss nur ein guter Rat. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man Fehler macht. Schlimm ist bloß, wenn man es nicht erkennt oder auch so tut, als man überhaupt nichts kriegt. Aber wenn sie es noch mehr gesagt hat, dann sei gescheit. Schau so an. Sag einfach, es tut der Leid. Schau dir nicht an. und ich weiß, sie wird es verstehen. Bloß es so, was aufrecht neben ihr geht. Schau dir nicht auf. Ich weiß, sie wird es verstehen. Bloß es so, was aufrecht neben ihr geht. Lass es groß und stark werden. Lebe es ihr vor. Bleib mit ihrer Jugend jetzt von ganz allein. Etwa. Bis zum nächsten Mal!